Braucht es überhaupt Pflanzenschutzmittel? Eine pestizidfreie Landwirtschaft gibt es nicht. Jede Art von Landwirtschaft muss ihre Kulturen gegen Schädlinge, Pilze und Unkräuter schützen. Der Biolandbau verzichtet auf Herbizide und bekämpft das Unkraut maschinell oder in sensiblen Kulturen auch von Hand. Gegen Pilzbefall setzt er verschiedene Fungizide ein, z.B. Kupfer, das giftig für Wasser- und Bodenorganismen ist. Wie die ebenfalls im Biolandbau eingesetzten Schwefelprodukte sind die meisten dieser Präparate synthetisch hergestellt oder enthalten synthetische Bestandteile. Dort, wo die Biopestizide aus der Natur kommen, sind ihre Herstellmethoden manchmal um einiges problematischer als ein synthetisches Produkt aus dem Labor. Z.B. wenn Pflanzenextrakte aus grossen Monokulturen oder von Pflanzen stammen, die gefährdet sind. Chemisch ist also nicht einfach schlecht und biologisch nicht einfach gut und schon gar nicht immer natürlich oder nachhaltig. Der Biolandbau hat aber Methoden entwickelt, die sich auch in der konventionellen Landwirtschaft bewähren, wie etwa die Bekämpfung des gefrässigen Maiszünslers mittels seines natürlichen Gegenspielers, einer Schlupfwespe. Wichtig bei Nützlingseinführungen ist aber die vorgängige Prüfung der Verträglichkeit mit dem lokalen Ökosystem. Die Einführung des asiatischen Marienkäfers zur Läusebekämpfung ist ein klassischer Bumerang. Er tötet und verdrängt nun den einheimischen Marienkäfer in Europa. Fazit Eine wirklich nachhaltige Landwirtschaft vereint die besten Methoden und Mittel und schaut nicht auf Labels.